Die Berichte stammen von einer Quelle, die Daily Star erzählte, dass Kanye seine neue Frau und die einjährige Tochter vor medizinischen Bedrohungen schützt. Die 33-jährige Kim schürte die Gerüchte, nachdem sie ihre kleine Tochter in eine medizinische Einrichtung brachte. Vielleicht war es einfach nur ein Routine-Check. Oder Kim wollte sich in Sachen Inneneinrichtung inspirieren lassen.